Stabil bleibt, laut unserem Ministerpräsidenten zu Bayern aus Nürnberg, Dr. Markus Söder. Ich hoffe, dass er auf richtige Bausteine gebaut hat. Mehr Mensch, mehr Gesicht, mehr Zivilcourage. Oh, da ist er doch. Na dann, auf gut Glück. Handbike, no limits. Und jetzt, Zivilcourage geht alle an, denn jeder kann der Nächste sein. Bis bald. Mit dem richtigen Anwalt, der was kann halt. Mehr Mensch, sicher in Nürnberg. Hinberg, no limits.